Dieser Obelisk wird einen eblichen Troll heraufbeschwören mit grässlichen Haaren, bei deren Anblick eure Augen wie ein vorstehender Bauchnabel verbrennen werden. Eine neue Kerbe und Wiedergabung. Die Magistra-Frau. Ich habe Leben. Zauber-Slops sind bereit. Zauber-Explosion. Ich bin nicht mehr ohne Anwesen. Das war's für heute. Der Troll fällt. Sein scheußlicher Kopf wird sich nicht länger in die Netzhäute der Unschuldigen brennen.